Aussteigende Überprüfung Tut mir leid, Sir, das kann ich nicht machen Leute, das ist Jack Silver von den Shields in Coronado Er weiß, wie es läuft Wir brauchen dringend Unterstützung Wir werden überrannt Der Botschafter ist in Gefahr Schicken Sie uns Wir sind offiziell gar nicht hier Sie werden warten Keiner muss mitkommen, aber außer uns kann Ihnen niemand helfen Sie rücken nicht aus Wenn Sie nicht bald hier sind, krepieren wir alle Wir kommen rein, wir sind auf dem Gelände Ich bin auf dem Dach, lasst mich nicht zurück Wir stehen unser Beschuss Chief Erwarten wir befreundete Einheiten? Mir ist nichts über befreundete Einheiten bekannt Lasst sie kommen Lasst sie kommen Ich habe heute Nacht nicht einmal an meine Familie gedacht Jetzt denke ich an Sie Hier oben, mitten in dem ganzen Wahnsinn Was passiert jetzt? Ich denke an meine Mädchen Immer wenn ich zu Becky und den Mädchen nach Hause komme, denke ich, das war's Ich will da bleiben Da, Lade! Schleck den Scheiß gerade auf! Und dann passiert irgendwas und ich lande wieder hier Ich habe recht! Ich habe recht! Ich habe recht! Ich bin έ Gebet das tops Körner Schleck den Scheiß gerade auf! stal